So, wir haben uns zwar vorhin schon verabschiedet, jetzt habe ich hier den Knopf reingedrückt mit dem Ellenbogen, aber wir haben noch schnell einen Raid hinten dran gehangen, an Old City Tower und der Flo, der übertreibt es wieder hier mit 10 Accounts. Jetzt gucken wir mal, hast du denn den Shiny dabei, hat es geklappt, da ist schon mal nichts. Da ist auch nichts. Und da? Was ist das höchste? 61, was ist das? 46. Okay, 46. Gucken wir kurz hier, hier sind nämlich 11 Bälle drauf. Nein, die Pokémon-Aufbewahrung ist voll. Wir schmeißen mal einen Kaumalott weg. So, das sind ja eigentlich schon genug, wie man sieht. Jetzt kommen auch noch die besten Freunde rein in den Pokébeutel. Jetzt hat er auch noch eine Medaille verdient. Jetzt muss ich aber auf die Arena. Ich wollte auch nur gucken, ob es ein Shiny ist. Und ein Shiny, wunderbar. Da hat er das nächste, der hat schon drei Stück im Pokébeutel. 23, 87, 100% Shiny. Das lassen wir jetzt erstmal da liegen. Wir gucken mal kurz hier. 12. So. 23, 49, das ist nix. Richtig genial. Hat jemand von euch ein Shiny? Ich filme euch nicht, sieht nur so aus. Kein Shiny? Gut. Geh wieder zurück. Ich glaube, ich muss jetzt abbrechen. Das muss ich zum extra Video machen. Wir sehen uns später. Bis dein Pisa hat vorhaut. Euer Ramses. So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es ist was richtig krasses passiert. Habe ich da so ein Video gesehen? Also ich habe es mir nicht angeguckt, aber Hong irgendwas hochgeladen. 100% Shiny Mewtwo? Fragezeichen. Wie immer, wenn man so ein Video guckt, meistens ist da gar kein 100% Shiny Mewtwo. Mal wach auf das Fragezeichen im Titel. Wir haben aber heute was vorbereitet. Der Flo hat nämlich hier eine Dose Bier abgestellt. Und Bier gibt bekanntlich Glück, bringt Glück, wie auch immer. Dann nehmen wir mal einen kräftigen Schluck. So, der war kräftig genug, mehr vertrage ich nicht. Das stelle ich mal hier hin. Wir stehen nämlich gerade am Old City Tower. Haben einen Raid gemacht. Jetzt guckt euch das mal hier an. Ihr seht nichts. So viel wie ich. Da ist nämlich ein Busch. Wir gehen mal ein Stück hier rüber. Hm, da sitzt ein Shiny Mewtwo. Und das hüpft hier neben dem Auto rum. Und seht ihr die WP. 23, 87. Wir machen mal die blöden Bildschirme weg. Es hüpft. Shiny. Glitzer. 23, 87. Junge. Aber na goi. Was weiß ich. Wir werfen da jetzt einfach mal. Oh, ich habe nicht mal gelbe Bären. Jetzt wollte ich doppelte Bonbons holen. Wir werfen einfach mal einen Ball drauf. Mit dem Daumen. Elf Bälle haben wir. Das tüten wir jetzt hier mal ein. Erster Ball drin. Ihr wisst, legendäre Shinies sind immer drin im ersten Ball. Und gucken mal, was dann passiert, wenn wir es bewerten. Ihr müsstet es schon wissen. Wer sich auskennt. Erster Fang des Tages. Erster Raid. 23, 87. Boom. 100 Prozent. Shiny. Mewtwo. 15 Angriff. 15 Verteidigung. 15 KP. Am 22.09.2019 in der Nähe von Straufhain. Und ich habe vorhin noch gesagt, wir machen den X-Raid. Und dann noch einen Fünfer. Den filmen aber nicht. Jetzt musste ich es aber mit reinnehmen. 100 Prozent. Shiny. Boah. Mewtwo. Der Flo freut sich auch. Der guckt ganz böse. Der hätte bestimmt auch gerne eins. Das war es von meiner Seite aus. Habt ihr ein Mewtwo bekommen? Habt ihr ein Shiny Mewtwo bekommen? Habt ihr ein 100 Prozent Mewtwo bekommen? Mewtwo ist ja nur noch bis morgen Abend da. Bis morgen 22 Uhr. Dann kommt Giratina als Shiny. Das ist ein richtig brutaler Abschluss. Das nehmen wir gerne mit. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramsus.